So, servus, willkommen zurück zu Let's Play Brickforce und heute habe ich gleich zwei Leute am Start. Mit dem einen skype ich gerade, mit dem anderen nicht. So, der, der jetzt gerade skypte, darf Hallo sagen. Hallo. So, im Grunde, ähm, ich bin tot. Nice. Das fängt ja schon mal gut an. Ja, klar. Und du musst die ganzen Punkte machen. Ich bin der, der gegen dich arbeitet. Ha, ich mache mich super aritim jetzt. Ja, du mich auch. Alter, die Waffe ist so geil. Next up. Ja, im Grunde, ähm, also, wenn noch Leute irgendwelche Vorschläge haben oder Wünsche für Waffen, die eventuell in meinem LP vorkommen sollen, ich glaube, ich muss eine andere Waffe nehmen, ähm, die in meinem LP vorkommen sollen, dann einfach nochmal hier unter dieses Video schreiben. Ähm, es sind zwar schon ein paar Tipps und Tricks reingekommen, aber, ich können ruhig noch mehr kommen. So, wo bist du gerade? Da unten. Ich bin da. Der Zeifhorn hat, kann jetzt nämlich auch ein paar Waffen mal holen. Genau, weil du hast mich ja gesponsert. Alter. Pass auf den Mystics, der ist richtig krass gut. Ähm. So. Aktenkoffer. Nein, Mystics. Ich verziehe mich. Ciao. Ciao. Psst. Hello, Mystics. Mystics ist ein, ähm... Steam-Spieler. England. Ja, und Englander, also... Ja, und er spielt auf Steam. Ja. Und Newton hat den auch verladen. Das hasse ich ein bisschen an, äh, an den Adler Augen, dass die so ein bisschen verzieht. Die hat ja nur eine Trefferquote von 97%. Deswegen... Aber ich bin zufrieden mit meiner schicken Bullard-Max ab. Ja, ja, du mich auch. Ähm, ich hab vergessen, als Snapper-Schütze sollte man ja bekanntermaßen in Deckung gehen. Oh, Aqua M im Gegner-Team, ne? Wann lustig. Danke, du machst mir Hoffnung. Bitte, bitte. Geil, Problem. So. Aber ich seh, bei uns ist auch einer drin, ne? Aqua M spielt Dornblasters, aber irgendwie... Ich mach gerade gar nix. Weil meine Adler Augenarmbrust verfehlt. Achtung, er kommt rüber. Das Paar kommt rüber. Er ist runtergefallen. Ja gut, ähm... Wenn die Blödheit siegt, da bin ich echt heilfroh drüber. Aber hey. So. Im Grunde, ähm... Ja. Soll ich das nochmal sagen, wie man mit mir zusammen LP machen kann? Weil in letzter Zeit fragen hier schon relativ wenige Leute, ne? Hm? Ach egal, es kippt mich einfach an, dann wisst ihr es. So. Ganz einfach. Ich bin zu faul, das jetzt zu erklären. Auch wenn es eigentlich total einfach ist. Aber ich bin fauler, als es einfach ist, deswegen. Insofern gleicht sich das aus. So, ähm... Wo sind denn die alle? Ich hab keine Granaten mehr. Für mich ist das richtig schöne, volle Aktionsleistung zu haben. Wird von jedem mehr als 1000 Stück. So gut wie. Ja. So, ich bin jetzt hier gerade ein bisschen am Kaputt. Ähm, ja, ähm... Das Schöne ist, jeder sagt gerade im Grunde nur das, was er gerade tut. Insofern hat dieses Video momentan noch gar keinen Inhalt. Aber ich hab gerade eine kleine Geschichte zu erzählen. Nämlich gerade eben, als ich alleine in einem Raum war und gezockt habe, ne? Da warst du ja weg. Ähm... Bei Snipe It... Bin ich in den Raum. Und dann wurde ich des Hackens bezichtigt. Was? Ja, weil ich... Weil, seiner Meinung nach, würde ich zu schnell respawnen. Ja, man kann sich auch einfach Premium holen und dann fast respawn reintun, also. Eben, und ich habe ja Premium. Insofern, ähm... Hey lol, da hat mich einer gerade einfach durch die Wand abgeballert, dieser Jack, ne? So. Das darfst du doch nicht hin. Jack kann doch Wände ballern. Das kann ich jetzt nur nicht bestätigen. Aber ich kann bestätigen, dass da scheiß Granaten rumfliegen. Ich kann bestätigen, dass ich eine richtig geil aussehende Pistole habe. Ah, da ist der Kerl. Deine Waffe ist auf Entfernung nicht gut. So, da ist er. Ohne! So. Oh, meine Waffen, Junge. Da noch. Ähm, ja. Ich muss ja schon ehrlich gestehen, ich habe mich so ein bisschen in die Adler Augen, Armbrust verliebt. So. Und dabei bin ich doch mit der weißen Amnesie verheiratet. Oh, shit, wenn die das erfährt. So. Ich hoffe mal, da sind keine Zecken insofern. Nein. Nein. Hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Ähm. Die Leute kippen schon um, bevor ich sie anvisiere. Das ist doch, äh, ein bisschen langweilig. Vielleicht ist es ein gutes Zeichen, vielleicht aber auch ein schlechtes. Ja, ich bin so hart geskillt, die Leute kippen schon um, bevor ich die überhaupt anschieße. Ja. Ja, sie hast... Ähm. Wenn sie sich ansehen, Ja, so ist Seitenmord. ...heil sie als Instant schon um. So, ähm, wo ist denn... Ach, du heilige Scheiße. Herzinfarkt. Habe ich nicht, ich habe noch, sorry. Alle wurden hier. Wo ist denn der Kerl? Der war doch hier gerade. Ähm, dauernd. Neo XS hat ihn getötet mit seiner fucking oberen Seiten. Ich will das Ding haben, aber momentan kann man ja nur eine seltene Waffe bekommen, nämlich die Feuerkäfer 3S. Ich hab sie. Ja, das hast du mir schon sehr oft unter die Nase gerieben. So, hier rein. So, Leute, einmal bitte drauf wetten, ähm, um wie viel Uhr... Also, in welcher Uhrzeit des Videos ich jetzt sterben werde. Der Gewinner kriegt nix. Okay, das ist endlich mein Anspruch, um mitzumachen. Genau. Also, ich will sofort mitmachen. Ich sag, du stirbst in deinem Video. Ja, das ist eine tolle Zeitangabe. Das ist natürlich... Irgendwann zwischen Beginn und Ende. Genau, das ist eine richtig coole Zeitangabe. Damit gewinne ich automatisch. So, er hat alle verkackt. So, jetzt bin ich gestorben. So, toll. Ähm... So, toll. Aqua ein spawnt direkt vor mir. Ähm, schaffst du nicht mit seinem Dornblaster mich auf Nahkampf zu töten? Mhm. Oh. Hup. Aber ich schicke Bullock, ist voll nice, mix-up. Really? Ich bin extra weggegangen, weil ich zählen hab, dass du ihn anhältst. So. Ähm... Ja, ich steh grad aufm Baum. Ja. Das ist so bekloppt, ey. Das ist einfach so bekloppt. Das war eigentlich klar, dass die mich deswegen abschießen, weil ich bin... Ich bete einfach so eine offene Angriffsfläche, dass das eigentlich, äh... Ich hab ihn doch getroffen, ich hab ihn... Oh, die verfickte Verziehung wieder. Ich hasse das. Aber es ist ja jetzt genügend Token, so hol dir doch die Snake. Ja, hast recht, aber ich... Ich brauch noch die Riese-Upgrade-Steine, um das Ding erstmal schön hochzupushen, damit es auf max ab ist, weil so nützt das Ding nix, ne? Das musst du ja einmal bedenken. Nein, Aquain will keinen Nahkampf. So. Ähm... 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 Warum hast du denn das jetzt geschrieben, was ist denn passiert? Ich bin in den Nahkampf gegangen mit ihm, hab extra auf Nahkampf geswitcht, obwohl ich ihn mit normalen Waffe locker hätte töten können. Was macht er? Ballert mit seinem Dornblaster weiter auf mich drauf. Ja, das würde ich auch so machen. Ich nicht. Ich schon. Aber das liegt auch eventuell daran, dass ich meine Ehre im Schlaf vergiftet habe. Wie geht's da? Also ich würde sagen, ich hab ein super Team, ne? Ja. Ich bin ja drin, von dem her ist perfekt. Nö, ihr erledigt die ganze Drecksarbeit für mich. Aber wie ich sehe, ist Super-Ari aus dem Raum gegangen. Warum ist denn Super-Ari gegangen? Super-Ari hat den Raum verlassen. Hatte wahrscheinlich keinen Bock mehr auf so einen Pro. Why? Super-Ari. Warum bist du von uns gehört? Warum? Ähm, ja. Ich weiß, die Amnesie hat ihn verschleppt und umgebracht. Ja, ich glaub, ich werd mir die schwarze Amnesie kaufen. Einfach, damit ich sagen kann, ich hab ne Amnesie. Ich hab die schwarze, ich hab die weiße permanenten Examen. Ja, du mich auch. Du mich auch. Du mich auch, ne? Du mich auch. Ähm. Zertran regt teilweise auf, wenn ich ihnen erzähl, was ich alles hab. So. Ja, das ist ja momentan so das Problem am Brickfoss. Die Leute, die, ähm... Die Wartarben? Nein, die neu anfangen, die haben einfach keine Gelegenheit, an eine wirklich gute Waffe ranzukommen. Deswegen... Doch, Donenblaster. Ja, aber vergleich das mal mit ner seltenen Orion oder so. Das ist kein Vergleich. Ja, ja. Ne, also... Wenn der Tsunami Rama hat, da wird's auch schwer. Da ist er. Fuck. Fuck. Du scheiß Adleraugen. Fuck Aqua M, ey. Ey, ich bin positiv. Du nicht. Pff. Ich bin immer negativ. Ich nicht. Doch. Ich denk immer positiv, dann ist der Tag gleich viel schöner. So. Wenn jemand da auch AFK rumsteht, ne, dann ist das seine Schuld. Vielen Dank fürs Stehenbleiben. Alter. Wer übrigens weiß, aus welchem Spiel dieses Zitat ist, bekommt nix. Ähm. Ich weiß es diesmal nicht. Wirklich? Naja, ich sag's noch nicht. Mal gucken, ob's irgendjemand weiß. Weil tatsächlich ist dieses Zitat in einem Videospiel, ähm, das heißt wirklich, ähm, vielen Dank fürs Stehenbleiben. Deswegen, also, wer's kennt, es ist aus einem schon sehr bekannten Shooter, Fun-Shooter vor allen Dingen, deswegen, das ist auf Steam auch eine Legende bisweilen. Ähm, deswegen, also. Ich kenne es nicht, ich kenne es nicht, sorry. Ähm, ja, im Grunde, deswegen dann, Job bis nächste Folge, 6 zu 7, ach, die Katte geht ja noch. Also, hier mal ganz. Ich kenne es auch nicht.